Wir sind zurück in der Soccer Lounge. Der Käpt'n vom FC St. Gau ist bei uns, Philipp Monta. Philipp hat hier ein Fragebuch. Bleiben Sie sich keine Antwort schuldig. Ich habe mich für drei Fragen entschieden. Gehen wir ins Thema letztes Jahr. Die nervigste Person, die Sie letztes Jahr getroffen haben. Trainer darf man nicht sagen. Nein, nein. Kommt nicht gut an. Weisst du jemanden? Spontan fällt mir wirklich keiner ein. Niemand genervt? Niemand auf den Sack gegangen? Das ist ja gut. Aber ich kann keinen rauspicken und ich bin wahrscheinlich auch noch auf den Nerven gegangen. Hoffentlich. Es wäre ja langweilig, wenn alle so herumgeschliffen sind wie unsere Wanktorflampe hier. Ihr ungefährer Kontostand. Wir sind im Thema Geld und Besitz. So 5 Franken genau hätten wir das Geld. Momentan relativ tief. Ich habe gerade eine Wohnung gekauft. Ehrlich? Ja. Also nicht eine Pleite? Ja, fast. Fast, ja. Also. Man lässt sich schnell den Hut lassen. So schlimm ist es auch nicht. Thema 6. Es gibt keine Fernsehsendung ohne das Thema 6. Du musst mich entschuldigen. Eine Person, die Sie haben wollten und nie bekommen haben. Ja, etwa eine nicht bekommen. Sicher, wo du uns kittert. Bist du Scheucher gewesen? Ja, ich war nicht darauf hängen, muss ich sagen. Ich habe mich eher ein bisschen zurückgehalten. Und ja. Darum denke ich, etwa gleich mal eine Abfuhr bekommen. Also, das macht dich menschlich, finde ich. Das passiert auch Fussballprofis, dass sie ab und zu abnehmen. Die Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7pm on SportalHD.com Ja! Verwärts auf mich. Ja! Ja!